Ich weine, um das nochmal zu übersetzen, Demofi mit acht Jahren ruft die Menschen auf, nicht die Ukraine anzugreifen, ruft die Russen auf, die Waffen niederzulegen und ihm seine Kindheit zurückzugeben. Er möchte erwachsen werden ohne Sirenen und er möchte, wenn er erwachsen muss, keinen Wohlen halten, sondern einfach nur friedlich sein. Das ist echt schwer, was dazu zu sagen. Was ich aber nochmal sagen möchte, wir Ukrainer wollen keinen Krieg. Wir sind in diesen Krieg reingezogen worden. Wir wollen den Frieden. Wir werden aber mit allem, was wir haben, unser Land verteidigen und lassen es nicht wieder unter russischem Joch bringen. Wir wissen genau und jetzt weiß auch die ganze Welt, was passiert, wenn die Russen über ein Land herrschen. Wir wissen, dass seit 300 Jahren jetzt weiß es endlich auch die Welt. Es ist nicht nur Ausnahme, Butsche und Terpin. Es ist Russland so, wie es lebt und lebt. Das ist das, was uns alle erwarten würde, wenn die Russen herkommen. Man darf es nicht vergessen. Es war auch nicht anders oder ist nicht anders in den acht Jahren in den Donetsk. Es ist genau das Gleiche. Terror, Gesetzlosigkeit, Folter, Vergewaltigungen, Terror, Mord, Drohungen, Mord. Das ist Russland. Das muss gestopft werden. Russland ist ein Terrorstaat. Russland ist ein Terrorstaat. Russland ist ein Terrorstaat. Und wir werden diesen Terrorstaat zurückdrängen. Wir werden Russland besiegen. Wir Ukrainer mit unserer Armee und allen Menschen, die da sind und Tag für Tag, Stunde für Stunde alles für unsere Ukraine tun. Aber auch mit der Weltgemeinschaft, der Gemeinschaft der demokratischen Länder. Wir sind verpflichtet, unsere Europa in Frieden zu halten. Und das ist nur möglich, wenn dieser Krieg mit dem Sieg der Ukraine beendet wird. Wenn die Grenzen der Staaten, die anerkennenden Grenzen der Staaten akzeptiert werden. Und ja, Imperien zerfallen. Auch Russland, das letzte Imperium, wird zerfallen. Dieser Krieg wird in den letzten Todesstoß geben. Und dann wird es hoffentlich möglich, in Frieden und ohne Angst in Europa zu leben. Wir werden es schaffen. Gemeinsam sind wir stark. Alle zusammen. Wir sind stark. Und wir werden siegen. Ukraine wird siegen. Ukraine wird siegen. Vielen, vielen Dank euch. Vielen, vielen Dank. Trotz Wetter, trotz Umstände, dass ihr hergekommen seid, um die Ukraine zu unterstützen. Vielen Dank für eure Spenden. Falls jemand noch möchte, immer gerne. Wir werden dafür die warmen Uniformen für unsere Jungs und Mädels kaufen. Weil leider schaffen wir es nicht in der nächsten Woche, Russland rauszuschmeißen. Also wir kämpfen weiter. Hier, wir kämpfen weiter an der Front. Und wir werden alles tun, um unseren Sieg zu beschleunigen. Und dafür brauchen wir was? Und dafür brauchen wir was? Waffen. 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 Schwere Waffen für die Ukraine. 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 Ja, wenn das nicht ein wunderbarer Kurs für die deutsche Sprache ist, dann weiß ich es nicht. Es gibt noch fünf Minuten bis zum nächsten Regen, falls jemand noch auftreten möchte und jemand etwas sagen möchte. Wouldn't das sagen? Wenn das nicht wiedersehen. Genau, es geht die Ukraine. Waffen für die Ukraine. Aber wir müssen uns zu verarbeiten. Und das ist nicht nur der ganze Zeit. Aber wir müssen uns nicht mal alleine. Wir müssen uns nicht nur mit våra Kursen. Und die haben uns nicht nur mit einer Kursen gemacht. Aber wir müssen uns nicht nur mit einer Kursen. Vielen Dank.